Helene Fischer, fiese Fake-Vorwürfe. Jetzt muss sie ganz stark sein. Ganz schön fies. Obwohl Helene Fischer in der Vergangenheit bereits beteuert hat, dass sie live singt, muss sie sich jetzt die Fake-Vorwürfe eines Wrestling-Stars anhören. Helene Fischer, 40, wird nicht umsonst als Schlagerkönigin bezeichnet. Alles, was die Sängerin berührt, wird zu Gold. Dabei fallen ihr die Dinge natürlich nicht in den Schoß. Jeder Fan weiß ganz genau, wie hart Helene an ihren Songs und Bühnenshows arbeitet. Akrobatische Einlagen? Klar. Stundenlanges Training? Kein Problem. Besonders freuen sich ihre Anhänger darüber, dass sie trotz ihrer erfolgreichen Karriere auf dem Boden geblieben ist. Star-Allüren gibt es bei Helene einfach nicht. Fiese Fake-Vorwürfe. Umso schlimmer dürfte es für Helene sein, plötzlich sehr gemeine Worte über sich selbst zu hören. Doch was ist passiert? Der Wrestling-Star Gunther, 37, aus Österreich kann sich einen heftigen Seitenhieb einfach nicht verkneifen. Wenn Helene Fischer in einer TV-Sendung auf einem See ein Lied trällert, heulen alle vor Rührung. Obwohl jeder sehen und hören kann, dass das Playback ist, poltert er auf einem WWE-Event, World Wrestling Entertainment, in Berlin. Im vergangenen Jahr hatte Helene ihren Fans in Köln eigentlich noch versichert, dass sie großen Wert auf ihren Live-Gesang legt. Auch wenn immer viel geschrieben wird. Ihr könnt euch absolut sicher sein, jeder Ton, den ihr hier hört, ist absolut zu 100% live. Punkt von Gunthers Fake-Vorwürfen will die 40-Jährige also nichts wissen. Doch warum hat er sie eigentlich so attackiert? Der WWE-Star stört sich an der Doppelmoral. Nicht nur Wrestling-Shows werden vorbereitet und einstudiert, sondern auch Bühnenshows. Seine Hoffnung ist es, die Zuschauer während seiner Kämpfe zu begeistern. Ich glaube, dass viel mehr Leute das Wrestling cooler finden, als die das öffentlich äußern. Man will sich nicht schämen, wenn man zugibt, dass man Wrestling cool findet, sagt er. Ein schwacher Trost für Helene, die sich nun über seine Playback-Vorwürfe ärgern muss. Helene Fischer Show 2024 im ZDF, Termin und Gäste im Überblick. Eine finale Entscheidung über eine neue Ausgabe der Helene Fischer Show wurde offenbar noch nicht getroffen. Auf Anfrage von Ruhr24 beim ZDF heißt es, derzeit ist es noch zu früh für einen Planungsstand. Punkt Lohnen dürfte sich eine Fortsetzung der Show jedenfalls für den Sender, bei der letzten Ausgabe 2023 haben laut Quotenmeter der rund 5,02 Millionen Menschen eingeschaltet. Zum Vergleich, Florian Silbereisen hat 2023 mit seinem Schlagerbohm in der ARD 4,61 Millionen Zuschauer erreicht. Ein Ausstrahlungstermin für die Show steht 2024 somit noch nicht fest. Traditionell wurde die Sendung am ersten Weihnachtstag, also dem 25. Dezember beim ZDF gezeigt. Zeigt das ZDF auch 2024 die Helene Fischer Show? Alle Gäste im Überblick. Ebenso unklar ist demnach, wann und ob Tickets für die Aufzeichnung der Show verkauft werden und wo gedreht wird. Seit 2016 wurde die Helene Fischer Show Mitte Dezember in der Messe Düsseldorf aufgezeichnet. Davor war die Sendung im Velodrom Berlin heimisch.